Hallihallo, Sicherheitshinfall ist mal wieder unser Freund Linux Mint, diesmal mit Synanorm Desktop. Gut, ich demonstriere hier einen wirklich üblen Bug in Linux, Mint, der betrifft Hintergrundbilder, Hintergrundbilder. Gut, nehmen wir mal ein Szenario, ihr habt ja eine WebDAV-Freigabe zum Beispiel, jemand teilt mit euch Bilder. Wunderschöne Bilder, Fotos von Paris und Moped und San Francisco und die möchtet ihr gerne als Hintergrundbild verwenden. Nun, diese WebDAV-Freigabe stammt nicht von euch, ihr könnt aber darauf zugreifen. Nun, der Angreifer hat natürlich Einfluss, nämlich auf die Ordnernamen und die Fotonamen. Das sind tatsächlich Fotos, ihr könntet die Fotos auch im Virenscanner scannen, wäre alles in Ordnung. So, also was ist WebDAV mit Server verbinden? WebDAV, HTTPS, Server eingeben und Benutzer Passwort, dann sieht man, ja, diesen Ordner, als hätte man ihn eingebunden wie ein USB-Stick. Der bindet sich dann ein in euer lokales Dateisystem. Jetzt sind ja wunderschöne Bilder drin. Ja, wie gesagt, der Angreifer hat Einfluss auf die Dateinamen und Ordnernamen. So, alles nicht schlimm normalerweise, normalerweise nicht, wenn das gescheit programmiert wird. Gut, jetzt will ich meine Hintergrundbilder ändern auf diesem WebDAV-Freigabe aus irgendeinem blödsinnigen Grund, weil mir die so gut gefallen. Ja, ich will mir die nicht rüberkopieren, ich käme jetzt auf die Idee. Hintergrundbilder ändern. So, die stehen standardmäßig auf, hier Linux Mint und von älteren Versionen, wunderbar. Aber da ist dieses Ding noch nicht dabei, wie ich will. Jetzt muss ich natürlich diesen Ordner hinzufügen, mit dem Pluszeichen, neuen Ordner hinzufügen. So, geben Sie den Ort an und da könnte ich natürlich diesen WebDAV-Ordner suchen oder zuletzt verwendet, diesen Ordner verwenden. So, so und diesen öffnen. So, jetzt hat sich hier, hier, das ist ganz klar, die Hintergrundbilder erscheinen als zusätzliche Option. Das sind nicht die Bilder, die drinnen waren, die will ich aber jetzt haben. Nun, was passiert jetzt? Ich zeige vorher, was los ist. Was wir nicht gesehen haben, ist, dass in einem der Bildschirmfotos, der Dateiner, der extra so ein bisschen länger ist, ein Shell-Kommando enthalten ist. Das, ja, Shell-Kommando erkennt man gut daran, dass diese umgekehrten Anführungszeichen oben sind, diese kleinen. Und das Kommando heißt Firefox und rufe die Seite s6x.net auf, im Wald aufgenommen, ja. Gut, was davor steht, dahinter ist, ist wurschtig. Das hier ist ein Shell-Kommando und der Dateivorschau, ja, das Python-Skript, das diese Dateivorschau macht, hat einen Fehler. Das fasst jedes Bild an und gibt den Hintergrundbildnamen auf die Shell. Und dabei ist es egal, ob das Bild das erste, das letzte oder irgendeins ist. Ich gehe jetzt mal hier drauf, ich habe jetzt hier drauf geklickt und jetzt startet sich Firefox und geht auf s6x.net. Und das ist irgend so ein perverser, ja, ja, den können wir, glaube ich, YouTube.com. Gut, so kann man niemand, nur durch ein Bild, das ist jetzt kein Witz. Ja, nur durch ein Bild, hier in dem Fall zum Beispiel durch eine Web-Dev-Freigabe auf unseren, ja, auf unseren Rechner geraten. Deshalb vorsichtig mit Internet-Shares. Also da habt ihr ja nicht selber unbedingt den Einfluss auf den Dateinamen. Könnte natürlich genauso passieren mit dem USB-Stick oder ihr benennt einfach mal eine Datei um. Firefox im Wald aufgenommen, JPEG. Ich hoffe, ihr habt geholfen, sahen Verbleib mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. Hier gibt es mir nicht sort man bei 72'res. Und da ist mal bist du, mein Gott. Hallo. Ich hoffe, ihr tut mir nicht so gut. Und das mal nicht so gut. Ich weiß nicht, was Frau jetzt noch mal with mich. Ich meine Nummer. Ich weiß nicht so gut mit caracteres. Ich weiß nicht so gut bei conclus陣ade. Vielen Dank.